Die USA ist einfach ein Team. Die werden als Mannschaft aufdrehen, die werden nie aufgeben. Sie sind taktisch gut geschult und haben sicher auch einige Einzelspieler, die herausragen in dem Team. Aber letztendlich glaube ich einfach, dass die Konstellation mit Deutschland, Jürgen Glintzmann, dem Trainerteam mit Berti Vogts als Berater, eine besondere Konstellation ist. Für uns ist einfach wichtig, dass wir in diesem Spiel unsere absolute Qualität einbringen, dass wir auf dem Top-Niveau spielen und dann glaube ich auch, wenn wir dieses Mal als Sieger vom Platz gehen. Bis zum nächsten Mal, ciao.